Bei der Beerdigung von Klaus-Otto Nagorsnik kann nichts den Kummer und Verlust ausdrücken, den sowohl Holger Waldenberger als auch die Angehörigen von Klaus-Otto durchleben. Eine große Menschenmenge, darunter etwa IT-Personen, kam, um sich zu erinnern und ihre Trauer mit Familie und Freunden zu teilen. Holger, der Anführer einer der Gruppen, denen Klaus-Otto angehörte, konnte seine Trauer nicht verbergen, als er sich in der Menge umsah. Er teilte seine tief empfundenen Gedanken mit. Bei Klaus-Ottos Beerdigung waren etwa IT-Personen anwesend, darunter Jäger und A. Bommes. Vielleicht war es etwas zu förmlich, aber ich denke, es hätte ihm gefallen. Jeder Mensch trägt Erinnerungen und Geschichten an Klaus-Otto in sich. Erinnerungen an die Großzügigkeit, den Mut und die Freundschaft, die er ihnen entgegengebracht hat. Mit jedem Räucherstäbchen, in jedem Gebet erinnern sie sich an einen Freund, einen Teamkollegen und einen Bruder, die viel zu früh verstorben sind. Trotz der düsteren Atmosphäre war die Beerdigung auch ein Anlass, das Leben und die Begeisterung von Klaus-Otto zu feiern. Die Erinnerungen werden in den Herzen derer weiterleben, die ihn geliebt haben. Und auch wenn er nicht mehr da ist, werden der Geist und das Erbe von Klaus-Otto weiterleben. Eine ewige Inspiration für alle, die das Glück haben, kenne ihn. Holger Waldenberger konnte seine Emotionen nicht zurückhalten, als er an Klaus-Otto Nagorsnik dachte. Jedes Mal, wenn er die bedeutungsvollen Reden hörte, die Klaus-Otto hielt, die Bilder, die an die schönen Momente seines Lebens erinnern, und die Musik, die sie gemeinsam genossen, kam der Schmerz in seinem Herzen zurück. Die Emotionen brodelten, es flossen immer wieder Tränen, als Holger sich an die schönen Erinnerungen und warmen Momente mit Klaus-Otto erinnerte. Seine Reden waren nicht nur Worte, die auf Wissen basierten, sondern enthielten auch das Herz, die Leidenschaft und das Engagement eines Freundes und Teamkollegen. In der Kapelle sind die dekorativen Wandgemälde zum Gedenken an Klaus-Otto nicht nur Bilder, sondern auch Erinnerungen an ein Leben, das vergangen ist, aber in den Herzen derer, die ihn liebten, immer noch weiterlebt. Musik als Sprache der Seele bringt Holger auch zurück zu glücklichen und nahen Momenten mit Klaus-Otto. Jede Note, jede Melodie ruft tiefe Emotionen und unbeschreibliche Nostalgie hervor. In Momenten wie diesen weiß Holger nur, dass die Freundschaft und die Erinnerung an Klaus-Otto für immer in seinem Herzen leben werden. Und auch wenn er nicht mehr da ist, wird sein Geist immer an seiner Seite und eine Quelle der Inspiration für Holgers Leben sein. Unter schmerzlichen Gefühlen musste ein ehemaliges Mitglied von – gefragt, gejagt – endgültig Abschied von seinem verlorenen Freund nehmen. Unter Tränen wurden die letzten Worte gesprochen, die viele Gefühle und schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit sich brachten. Abschiedsworte sind nicht nur ein Abschied, sondern auch ein Versprechen, die Erinnerungen und das Erbe des verstorbenen Freundes zu bewahren. Mit Tränen und Lächeln erinnerten sie sich an die glücklichen Zeiten, die bedeutungsvollen Gespräche und die Herausforderungen, die sie gemeinsam gemeistert hatten. Auch wenn der Freund verstorben ist, werden seine Freundschaft und Erinnerungen für immer in den Herzen der verbleibenden Freunde weiterleben. Es ist nicht nur ein Abschied, sondern auch ein Versprechen, die Traditionen und den Geist unseres verstorbenen Freundes weiterhin an die nächste Generation weiterzugeben. Wir werden Klaus Otto sehr vermissen. Ein talentierter und intelligenter Schriftsteller. Diese Aussage ist nicht nur ein Ausruf einer schmerzlichen Emotion, sondern auch ein Respekt und eine Erinnerung an die besonderen Qualitäten, die Klaus Otto mitbrachte. Klaus Otto hinterließ mit seinem herausragenden Talent und seiner scharfen Intelligenz einen tiefen Eindruck in den Herzen aller. Mit seinem Wissen und seinem tiefen Verständnis in vielen Bereichen war er eine Quelle der Inspiration und Ermutigung für die Menschen in seinem Umfeld. Sich an Klaus Otto zu erinnern, bedeutet nicht nur, sich an einen Freund und Kollegen zu erinnern, sondern auch an eine weise Seele und einen bedeutungsvollen Geist. Durch die Art und Weise, wie er lebte und arbeitete, hinterließ Klaus Otto ewige Spuren, nicht nur in den Herzen der Dankbaren, sondern auch in den Herzen derer, die das Glück hatten, ihn gekannt zu haben. Holger Waldenberger war eine prominente Persönlichkeit der Gemeinde, bekannt für seine Erfolge in vielen verschiedenen Bereichen. Geboren und aufgewachsen in einer Kleinstadt in Deutschland, erlebte er Prüfungen und Schwierigkeiten im Leben, bevor er Erfolg hatte. Mit soliden Qualifikationen und Erfahrung kann Holger auf eine beeindruckende Karriere in der Wirtschaft und im Finanzwesen zurückblicken. Darüber hinaus ist Holger auch ein aktiver Unterstützer und Mitwirkender der Community. Er nimmt regelmäßig an Wohltätigkeitsaktivitäten teil und arbeitet mit gemeinnützigen Organisationen zusammen, um Menschen in Not zu helfen. Neben Karriere und Sozialarbeit ist Holger auch ein vertrauenswürdiger Begleiter. Er ist immer bereit, seinen Mitmenschen in jeder Situation zuzuhören und sie zu unterstützen. Mit seiner gütigen Seele und seinem scharfen Verstand wurde Holger Waldenberger zu einem bewundernswerten Vorbild und einer festen Stütze für seine Familie, Freunde und Gemeinschaft. Während der Beerdigung von Klaus Otto konnte Holger Waldenberger seine Gefühle nicht zurückhalten und vergoss Tränen. Trauer und Bedauern überwältigten ihn, als er sah, dass sein enger Freund zu früh gegangen war. Unter Tränen erzählte Holger von seiner Angst vor einem plötzlichen Tod. Er versteht klar, dass das Leben unvorhersehbar ist und der Tod jederzeit kommen kann. Aber das mildert nicht den Schock und den Schmerz, wenn ein geliebter Mensch plötzlich geht. Holgers Angst spiegelt wieder, wie er der Unsicherheit und Verletzlichkeit des Lebens ausgesetzt ist. Aber durch diese Emotionen erkannte Holger auch den Wert jedes Augenblicks und die Bedeutung einer Freundschaft und beschloss, jeden Tag in vollen Zügen zu genießen und dankbar für das zu sein, was er hat, bevor er es verliert. Der Verlust von Klaus Otto erinnert Holger und alle an den Wert des Lebens und der damit verbundenen Beziehungen. Sie erkennen, dass jeder Tag ein kostbares Geschenk ist und dass ein erfülltes Leben, Wertschätzung und Liebe das Wichtigste sind. Inmitten des Schmerzes und der Angst fand Holger auch Kraft in der Solidarität und Unterstützung der Gemeinschaft. Die aufmunternden Worte, die tröstende Umarmung und die Anwesenheit von Freunden und Verwandten halfen ihm, die schwierigsten Momente zu überstehen. Aus dieser Erfahrung hat Holger gelernt, dass es im Leben nicht nur um Erfolge und Freuden geht, sondern auch darum, wie wir mit Herausforderungen und Verlusten umgehen. Geistig stark zu bleiben und jeden Tag sinnvoll zu leben, das hat Klaus Otto ihm beigebracht. Und Holger wird sich immer daran erinnern und erinnern. Die Erinnerung an Klaus Otto liegt Holger und seinen Freunden, Kollegen und Angehörigen am Herzen. Klaus Otto ist nicht nur Freund und Teamkollege, sondern auch Inspirationsquelle und unerschütterlicher Rückhalt in jeder Situation. Jedes Mal, wenn er sich an Klaus Otto erinnert, erinnert sich Holger an die Großzügigkeit, Intelligenz und den Mut, den er allen um ihn herum entgegengebracht hat. Erinnerungen an bedeutsame Gespräche, gemeinsam gemeisterte Herausforderungen und glückliche Momente liegen Holger immer am Herzen. Obwohl Klaus Otto nicht mehr da ist, leben sein Geist und sein Erbe in den Herzen derer weiter, die ihn liebten. Die Erinnerung an Klaus Otto ist nicht nur mit Trauer, sondern auch mit Stolz auf das, was er getan hat und was er für alle um ihn herum getan hat. Das, was Sie jetzt sehen, das sind die Abschlusszahlen im Vergleich zu den Grundschulgutachten an der Anne-Frank-Schule von 1995. Das war unser erster Abschluss. Bis 2013, das war der Abschluss, den ich noch mitgekriegt habe, bevor ich in die Pension gegangen bin. Und da sehen wir, dass die Grundschulgutachten mit den real existierenden Abschlüssen nur zu 42 Prozent übereinstimmen. Ich habe damals auch die landesweiten Daten für Schleswig-Holstein bei sämtlichen Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe erhoben. Da sind es um die 50 Prozent. Auch das heißt, stimmt, stimmt nicht. Der Anteil derer, die einen schlechteren Abschluss machen, als in der Grundschule prognostiziert, wobei das ja eine Momentaufnahme in der vierten Klasse ist, der liegt bei 8,5 Prozent an meiner alten Schule und 44,4 Prozent haben einen besseren Abschluss gemacht. 10 Prozent unserer Abitulienten hatten zum Beispiel meine Hauptschulempfehlung. Also es geht auch anders, wenn man Schule anders organisiert. Und wir bräuchten überhaupt nicht, diese Zahlen zu haben. Wir sind auch damals mit dem Schulpreis geworden, weil wir über 10 jemanden hatten, der Abschluss die Schule verlassen hat. Ja, und dann nochmal ein Abschlusssatz von Andreas Schleicher aus seinem Buch Weltklasse Schule für das 21. Jahrhundert mitgestalten. Ich denke, lesen können Sie selber. Es geht hier darum, dass soziale Gerechtigkeit nur dann gewährleistet werden kann, wenn wir wirklich Bildungsgerechtigkeit herstellen und wir ein Maß dafür haben, wie unsere Gesellschaft funktioniert, indem wir mal sehen, wie wir uns wirklich um die sozial schwächsten Kinder kümmern, wie wir sie bilden und aufs Leben vorbereiten. Das Ganze hat immer, das ist logisch, weil das die OECD ist, auch ein Touch zur Saucen und zur Effizienz, aber das ist ja auch nicht ganz verwerflich. Damit wäre ich mit meinem kleinen Input erst mal fertig. Ich danke. Darf ich direkt überleitend übergeben an Prof. Dr. Dr.